Hier im Deutschen Bundestag wird in dieser Woche zum ersten Mal der Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 beraten. Den habe ich hier eingebracht. Der basiert auf drei Ideen. Die erste Idee ist, wir müssen der Wirtschaft Impulse geben. Alle sozialen und ökologischen Ziele können nur erfüllt werden mit einem starken wirtschaftlichen Fundament. Und deshalb sorgen wir für Entlastung bei Bürokratiesteuern, geben Anreize für private Investitionen und für Forschung. Zweitens, wir müssen Deutschland modernisieren. Deshalb haben wir sehr viele Mittel, die wir investieren in Schiene, Straße, digitale Netze, Wasserstoff, Infrastruktur und klimafreundliche Technologie. Und zum Dritten, wir müssen die Inflation bekämpfen. Wir dürfen sie nicht immer weiter anfüttern mit Staatsausgaben auf Pump. Und deshalb halten wir die Schuldenbremse des Grundgesetzes wieder ein. Es ist ein Etat, der jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch diskutiert werden wird. Ich glaube aber, es ist eine gute Grundlage. Und er hat durchaus eine liberale Handschrift, weshalb die CDU ja das vergiftete Lob ausgesprochen hat. Es sei ein FDP-Haushalt. Das ist er nicht. Aber er hat liberale Akzente, wie auch die Opposition bestätigte. Das ist er nicht. Vielen Dank.